Inverted Classroom Inverted Classroom müssen wir eigentlich niemandem mehr erklären. Den hat unser Chef ja hier bei uns fest etabliert. Aber es gibt ja auch darüber hinaus noch ganz viel. Genau, zum Beispiel die Organisation der Präsenzphasen. Hast du da nicht auch letztens im Radio was drüber gesagt? Ja, stimmt. Hören wir mal rein. Also diese Präsenzphasen sind überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dieser normalen Vorlesung oder mit dem normalen Seminar, in der meistens der Lehrende vorne steht und den Studierenden die Inhalte vermittelt, sondern es ist wesentlich interaktiver. Es ist auch eher so ständiges Gemurmel. Es ist praktisch vergleichbar mit so einer riesigen Sprechstunde, in der unzählige Studenten gleichzeitig irgendwas wissen möchten. Oder zum Beispiel der Einsatz von Robotern. Ja, da ist ja bei uns auch einiges passiert in letzter Zeit. Oh ja. Ja, meine Damen und Herren, das waren unsere Studierenden, die seit mehreren Jahren Veranstaltungen im Inverted Classroom Format besuchen und die zusammen mit uns Lehrenden Ihnen im Februar die Phasen des Inverted Classrooms in zahlreichen Workshops näher bringen wollen. Wir werden sie in eine echte Präsenzphase mitnehmen. Wir werden zeigen, welche Rolle Roboter im Inverted Classroom spielen können. Wir werden Ihnen die Prinzipien der Nutzung von Open Educational Resources erläutern. Wir werden Ihnen zeigen, was es mit der Blockchain auf sich hat und wollen Ihnen demonstrieren, wie man die Digitalisierung der Lehre in ihren verschiedenen Facetten realisieren kann. Dazu haben wir uns wieder Top-Experten eingeladen, die nicht nur über die digitale Lehre reden, sondern sie praktizieren und sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben. Wir haben die bekanntesten Macher zu Gast und reden nicht über Digitalisierung, sondern wir zeigen, wie es geht. Kommen Sie am 26. und 27. Februar nach Marburg. Das Team der Inverted Classroom Konferenz freut sich auf Sie, auf tolle Workshops, Vorträge und auf das so wichtige Networking. Das Team der Inverted Classroom Konferenz freut sich auf Sie, 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 auf Sie. Kommen sie auf Sie, 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 auf Sie. Und Sie haben Reading einen